Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aron Schmidt. Durch Ungarns Ausnahme beim EU-Öl-Embargo könne der amtlich festgesetzte Preis für Treibstoff sowie die Senkung der Gemeinkosten aufrechterhalten werden. Sie könne aber auch die Inflation abbremsen. Mein Experten, die auch den Wegfall einer Übergangsfrist als besonders positiv bewerten. Der für die Aufrechterhaltung der Gemeinkostensenkung zuständige Regierungsbeauftragte sagte gegenüber dem M1, durch die Gemeinkostensenkung sowie den amtlich festgesetzten Spritpreis wurde den Familien in Ungarn insgesamt etwa 2.200 Milliarden Euro erspart. Ungarn schicke nach wie vor keine Waffen in die Ukraine und lasse auch keine Waffenlieferungen über sein Staatsgebiet zu. Damit sei der Grenzverkehr zwischen Ungarn und der Ukraine sicher. Darüber sprach der ungarische Außenminister im Logistikzentrum des Roten Kreuzes in Debrecen. Peter Siato ergänzte, das Kabinett habe alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes den Bedürftigen effektiv helfen könnten. Die Regierung werde das Land und die Familien vor den Folgen des Krieges in der benachbarten Ukraine schützen. Dazu brauche es allerdings eine Kooperation zur Stützung der Landwirtschaft, damit sie die Krise überwinden kann. Darüber sprach der für Agrarpolitik und Entwicklung des ländlichen Raums zuständige Staatssekretär. Jolt Feldmann ergänzte, dass Lieferengpässe auf alle Akteure Auswirkung hätten. Deshalb sei eine Anpassung auch seitens der Landwirte erforderlich. Die infolge des Ukraine-Krieges zunehmende Lebensmittelknappheit könnte eine weitere Migrationswelle auslösen, meinte Jörg Bokondi gegenüber dem M1. Der für innere Sicherheit zuständige Hauptberater des Ministerpräsidenten betonte, dass in diesem Jahr bereits um die 83.000 Grenzverletzer in Ungarn aufgehalten worden seien. Bokondi ergänzte zum Vergleich, dass in derselben Periode des Vorjahres etwa 37.000 Personen illegal nach Ungarn gelangen wollten. In Debrecen hat der Automobilhersteller BMW im Beisein vom Minister für Außenhandel und Auswärtiges am Mittwoch den Grundstein für sein neues Werk gelegt. Peter Seato sagte in seiner Rede, die Automobilindustrie sei das Flaggschiff der ungarischen Wirtschaft. Dies sei ein echter Meilenstein nicht nur für Debrecen und Ostungarn, sondern für die gesamte ungarische Automobilindustrie, formulierte Seato. Das Unternehmen investiert mehr als eine Milliarde Euro, also etwa 400 Milliarden Vorrend, in den Standort. Hier sollen ab 2025 jährlich 150.000 vollelektrische Fahrzeuge vom Band rollen. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.